hallöchen liebe freunde auf dem kanal vom pvb ok weiter geht es noch einmal mit urlaub bei grömitz oder in grömitz und umgebung das soll aber jetzt auch das letzte video sein hier haben wir den kletterpark besucht der kletterpark befindet sich nördlich von grömitz und zwar wenn man in richtung kellenhusen erfahren würde oder gehen würde ich würde jetzt mal schätzen zu fuß von grömitz mitte bis zum kletterpark circa 20 minuten zu fuß mit dem rad geht es natürlich schneller logisch oder mit dem auto kann man auch hinfahren ist in der nähe von einem campingplatz ja lasst euch überraschen was dafür bilder kommen ihr werdet sehen in dem video meinen sohn und seine tochter und ja ich wäre auch nichts weiter dazu erzählen lassen uns einfach die videos angucken die ich zusammengeschnitten habe ja da möchte ich noch sagen schaut doch bitte rein in die video beschreibung dort findet ihr auch immer wieder links die interessant sein könnten für euch ja ansonsten würde ich mich natürlich über daumen nach oben freuen über kommentar etc ja abonniert mein kanal wenn es euch gefallen hat macht dann die glocke an da seid ihr immer informiert was ich hochgeladen habe ja zum anderen ist es auch so 80 prozent der leute die meine videos anschauen sind nicht abonnenten von mir komisch schade drum eigentlich also das sollte sich eigentlich mal ändern also gleich abonnieren nicht vergessen und ja dann lasst euch das mal an euch hier schön vorbeiziehen die bilder und dann sage ich nicht tschüss aber am ende vom video da sage ich dann tschüss okay richtig kräftig abstoßen nein nein macht keinen spaß und schwung kräftig in die tiefe ja hui hegeh ihnen hehehe j j Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Hier kann man runter, weil du kannst da ja runtergehen. Du kommst, du gehst nach da, da am Freit, dann gehst du da runter. Da hast du einen Freit. Da geht es nach der Maschinen. Das ist alles gut. Danke. Na hoch, du schaffst es. Das ist alles gut. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Ich bin hier dran fest. Ich muss die abmachen. Nein, auf den Boden nicht stellen. Nein, ist unsere Nacht. Nein, der hat festgemagelt. Mach hoch noch mal. Ich lass mich hin, was weiß hier drunter. Schreiere. Schreierell. Schreiere. Schreiere. Zudem. Schön. Bis zum nächsten Video. Tschüss, bye-bye, adividechi, euer PVB, ok.